willkommen zurück auf dem kanal ich zeige euch heute einige hochlandrinder direkt neben der autobahn a8 irgendwo zwischen münchen und salzburg und man glaubt es ja kaum direkt neben der autobahn in bayern gibt es zumindest das große idyll hochlandrinder sehr robuste tiere und schaut euch hier den nachwuchs an und das alles direkt neben der autobahn das war das heutige video für alle kuh und rinder liebhaber seid mir herzlich gegrüßt und falls ihr auch mal bei der autobahn a8 vorbeifährt irgendwo in der nähe vom irschenberg vielleicht seht ihr diese schönen tiere auch in dem sinne danke fürs reinschauen ich lasse die bilder weiterlaufen bis zum nächsten mal servus so 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 so